Und damit herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Folge Bodycam. Okay, jetzt so klein wird die gar nicht, denn wir spielen heute im Tumblewood, also in der Waldmap. Ein Team Deathmatch und ja, das ist relativ dunkel dort und sehr sehr schwer sich da zu orientieren. Aber schon selber und viel Spaß mit dem Video. Und damit willkommen auf der Waldmap, die mich mega noch interessiert. Also wir starten erst mal als Drohne. Ich habe noch keine Ahnung, wie lange die Runde schon geht. Also sie sieht sehr dunkel hier auf jeden Fall aus. Einen Kollegen beleuchtet. Wir machen den ersten Eindruck schon mal. Sehr dunkel auf jeden Fall. Wir haben ja Tag und Nacht auch auf Maps. Gut, das kann aber was dauern, ne? Ich kann auch nicht switchen. Muss warten. Er sieht natürlich mehr als ich. Oh Mann. Endround. Und jetzt schau ich mal. Passt. Wir kommen zu einem guten Zeitpunkt. Wir haben viele Gegner und viel Spieler. Schrotflinte. Schrotflinte. Warum sind das drei? Oh, drei gegen zwei. Wie geil sieht der Wald aus. Groß sind die Maps auf jeden Fall nicht. Ich habe nur noch keine Ahnung von der erste Runde hier, wo ich laufe. Rennen. Da liegen sie schon. Einfach mal rein. 1-1. Okay. Dann weiß ich, wer im Team ich bin. Zwei Leute gegen drei. Das ist immer so eine Sache. Ich finde das sehr unfair. Black phones. Die Maps sieht extrem krass aus, ne? Sieht aber immer noch aus wie ein Spieler. Nicht wie echt. Wir sind auch alle verwöhnt mittlerweile. Da liegt er tot. Keine Ahnung. Ich habe aber einen erwischt. Aber damit habe ich meine Position verraten. Sehr anspruchsvoll. Optisch auf jeden Fall. Da kannst du sehr zielgenau mit schießen. Regen gibt es auch dazu. Langeweile oder was? Ganz langsam durch den dunklen Wald gehen. Dann sehe ich nämlich schlechter. Unschwärfe-Effekte oder dunkle Effekte am Rand sind auch sehr angeben an den Augen, so ein bisschen. Sollte man so super müde wäre, ja? Ich bin von alleine aufgestanden. Weiß gar nicht, wo ich hin soll. Das ist auch nicht nur, wo mein Team ist. Team, sind nur da. Oh, vier gegen vier mittlerweile. Team. Kann ich gar nicht rennen. F-A-V-A-F-K-U. Alter, wie hat der mich gesehen? Ich bin langsam und leise durch den Dschungel. Durch den Dschungel? Durch den Wald? Mal ein bisschen über die Web jetzt gucken. Da hat er auch ein Spieler gefunden. Da hat er auch eine Drohne von Angst. Hallo, hallo. Ja, der wird beschossen. Dieses verpixelndes Gesicht. Ich habe einen Eindruck, warum es so ist. Weil die Charaktere einfach so unecht aussehen. hat er geschafft, ey. Krass. Was bin ich jetzt? Ah, man. Diese Rotation der Waffen ist immer gleich. Aber die Scopes sind irgendwie mal anders. Wenn der nicht irgendwie was anders eingestellt hat, dann kann der mich im Dunkeln auch nicht sehen, der Gegner, ne? Irgendwo fest? Eine Waffe verloren. Ich habe die Waffe verloren. Ich habe gerade Teufelschlappe angemacht und damit dann weggeworfen. Ich habe einen. Auf der Distanz, eine Pistole. Und getroffen wurde der Waffen. Ich habe nur aufs Müllungsfolge geschossen. Angehittert ist noch schlimmer. Das Bild. Okay, wir sind mehrere Überlebende. Blute. Kann das sein? Ich tue eine Blutspur hinter mir herziehen. Boah. Geht doch langsam los hier. Das ist ein Funkgeräusch. Letzten Atemzüge, die ich hier noch mache. Sind noch schlechter als vorher. Und machen schön Waldspaziergang, ne? So. Geballert wird müssen sich doch sehen, oder? 200 Liter Blut verloren. Ah, da hat er was. Das zittert mega. Hänge mal überall irgendwo fest. Ich kann ja nicht vorwärts. Ich kann ja zum Beispiel... Da finde ich... Ach, hier ist die Map zu Ende. Sieht man ja auch gar nicht. Ich habe kein Team mehr. Zwei... Menschen suchen sich im Wald und ich habe eine Blutspur hinter mir. Ich habe aber einen erwischt, glaube ich. Zwei. Nö. Keine erwischt. Da kann ich mal die Drohne petzen. Aber die Drohne hat mich gerade in eine Irre geführt, weil sie leuchtete. Guck mal außen rum. Kann sein, dass ich auch sofort sterbe, so. Ich würde ein Spieler nicht mal sehen, wenn er daneben mir wäre. Keine Ahnung, wie dem die drehen. Keine Ahnung. Also ich war im Stock und dußt dann und lacht. Saß dann nur. Ich glaube, ich will dann echt eine Drohne haben. Aber die ist, glaube ich, nicht so leicht zu steuern, wie Maus und Tastatur. Warte, jetzt kommt die Wand. Warte. Größeres. Größeres, als man denkt. Hier ist das Ende. Also wenigstens einen Zaun oder so machen können. Aber haben sie nicht. Ist auch Ende auf der rechten Seite. Gut, als Realismus stockenduster ist natürlich hart. Da kannst du ja gar nichts einschätzen. Ich habe keine Ahnung, wo ich auf der Map bin. Aber ich glaube, das ist auch eine sehr schwierige Map. Muss ich schon mal sagen. Weil man ja wirklich sieht ja alles gleich aus. Die Rücken dauern hier wahrscheinlich sehr lange. Vielleicht hilft das ja. Mein Gegner oder einen Verbündeten zu sehen. Ich habe mich im Wald verlaufen. Mit der Drohne, die nicht laufen kann. Ah, Ende. Gewonnen. Aber geschaut, wie viele Minuten. Das dauert hier eine Runde. Oh nein, Schrot. Change the plan. Deutsche. Ich wollte wieder Sprach-Shit. Aber ich vergesse mal, wie... Was ich für das bedeutet. Tag zusammen, sagt er. Fünf gegen fünf. Wir sind eindeutig im Verlierer-Team. Das bin ich nicht, der so reinschnauft ins Mikrofon. Das ist der Charakter hier. Also man hört schon laut, wie man sich bewegt. Wir haben in der Mitte eine Anhöhe. Ich hoffe, die schießt weit. Keiner ist, das sehe ich. Ja, der läuft da oben noch schon rum. Dann ist da auch keiner. Manche sind halt... Die bewegen sich halt gar nicht. Man weiß ja gar nicht, wo die sind. Bewegung ist ja das Einzige, was sie verrät. Es ist noch nicht mal Kontakt gehabt. Hier ist das Ende, ne? Nö. Ja doch, hier komme ich nicht weiter. Hier sieht man mich sehr gut. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Also diese unsichtbare Wand ist ja extrem doof. Du drückst nicht richtig den Knopf. Äh, ist echt ein unsichtbarer Wand vor mir. Jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren. Das zieht sich hier wie Kaugummi im Wald. Aber wenn man mit einer Schrumpfung dann bist du echt dämlich dran. Man schutscht. Bisschen Jingle. Auf einen Haufen laufen ist glaube ich nicht so schlau, oder? Die scheinen aber schon ein bisschen besser Bescheid zu wissen über die Map. Also die scheinen mehr als nicht zu sehen, also. Also... Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es gewusst, irgendwo, in unserem Spawn im Bereich jedenfalls, man hat es an der Position durch mich verraten und das ist aber schwer hier, muss ich sagen, zwei Kills sehen. Ich werde auch nicht besser, glaube ich, hier. Ui! Alter, noch mal ein Feuergefecht. Ich fall immer tot um sie vor. Boah. Ah, die waren da oben auf dem Hügel. Da bin ich sogar vorbeigelaufen gerade. 4-4. Oh, das wird aber lange dauern, glaube ich. Das ist aber eine schöne Waffe. Das rennt sofort los, ob es kein Morgen gibt. Hinter uns ist da auch eine unsichtbare Wand. Ich weiß nicht mehr, ob ich richtig rückwärts gelaufen bin. Da ist die Wand. Mach die Map unnatürlich groß, dass es keine echten Umzäunungen gibt. Ich weiß gar nicht, wie weit der Weg noch rechts kann. Da ist die Wand wieder. Schmerzen zu beschreiben. Wenn ich nochmal schüsse oder so. Ich bin, glaube ich, aus dem Map raus. Jetzt. Das ist diese doofe Anhöhe. Jetzt kann ich nicht richtig ordnen. Wenn ich gleich mit einem alleine hier bin, finde ich ihn nie wieder. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin schon einmal im Kreis gelaufen. Was ist denn da unten? Dass wir wirklich weit weg von allen sind. Die Grafik, okay. Mal sehen, ob er noch lebt. Mal sehen, ob er noch lebt. Nein, lebe ich noch. Da ist wieder einer hinter mir, weil ich mich komplett verlaufen habe. Das wird nicht meine Lieblings-Map sein. So viel steht fest. Aber schlecht ist er nicht. Er nennt mich ein bisschen an Endor. Das ist eigentlich ein Toter, ne? Obwohl, die liegen ja nicht lange da. Richtig mal. Ich hab' ich mich auch mal mega verraten. Ja klar, die spawnen nicht, weil die Leichen ja echt tot sind. Bis zur Runde. Ist das ne Drohne? Ich muss den Schatten beobachten. Relativ laut. Höftigen wollen? Das sind alles Leichen. ich bin eigentlich nicht der einzige ich laufe durch den wald und weiß nicht wo ich bin deutscher tarnfleck die einzigen skins hier so haben kannst ja das sieht aus wie ein sturmangriff geplanter und cyberpunk und gar viel wir können uns sind alle entgehen wir wischen nicht kein menschen mehr ich glaube wir sind hinter uns oder sind wir so groß ich komme hier nicht durch das finde ich dann sehe ich habe eine schrubflinte wir leben alle noch 5 zu 4 und ich laufe wieder als zottel vor das ist der jing ist oft auch Ich versuch mal jetzt. Irgendwas schießt auf mich. Oh, mich hat was gebissen. Scheiß Drohnen. Wo sind die denn? Solange ich noch leben kann, die ja nicht verloren haben, die Runde. Aber schon zehn Runden. Richtiges Donnerwetter sogar noch. Warum? SVD ohne Scope? Warum? Mit Scope, ey, sorry. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo der Gegner und wir uns treffen, glaube ich. Der Wetter hilft aber nicht gerade dazu. Keiner schleicht da rum. Ja. 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 6 zu 4 das ist nicht so spannend wenn man keine Gegner sieht tatsächlich man weiß überhaupt nicht was los ist zwei kann ich zwischen meinen eigenen kann ich in den herzfisch mit dem haus hat eine fährte gefällt andere ist tot da kann ich nicht mehr hin die drohen Ich bin hier. Von der Rock. Großer Rock. Er fliegt da hin, ja. Raffiniert, ne? Aber du musst auch zu ihm hinfliegen und denen das dann sagen, sonst bringt das ja nichts. Also verrätst du dann auch seine Position. Ich sehe nur Gebüsch. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. 35 Minuten. Die Runde schon, ey. Ich will die Punkte abkassieren. Da liegt ne Leiche. Da ist er. Er hat ihn. Und er hat ganz woanders hingezielt. Habt ihr gesehen? Kommt ja optisch gar nicht rüber. Er hat geschafft. Respekt. Garfield ist ein gefährliches Kätzchen. Ah, der SVD ist halt jetzt hier genau, ne? Beim Zielen. Irgendeiner wird, ob er will oder nicht getauscht. Oder keiner. Ich würde ein bisschen Fireman angezeigt werden, wie viele vom Team hier leben, ne? Aber ich kann halt... ...komplett Realismus fahren hier. Das ist ja der Rock. Hört doch mal auf, ey. Läuft mal hinter euch. Da verratet ihr mich doch auch mit. Ich glaube, ich bin gewechselt worden, oder? Nö, ne? Ich bin doch ganz anders verlaufen, als sonst. Wenn wir jetzt nicht bewegen. Warten ist der Kumpel sicher. Er ist auf jeden Fall einer. Ist er weg? Ich hab einen. Ich hatte einen. Und ein anderer hat mich auch gesehen. Scheiße. Ja, ich war mitten im Hellen. Drei. Drei zu sieben. Da liege ich. Und da ist mein Opfer von gerade. Und dahinter läuft noch einer. Ja. Der hat mich wahrscheinlich geschossen. Sprechen, sprechen. Naja, immerhin ist er kein Camper. Man sieht gar nicht, er ist hier auf ein Ziel. Über die Kamera passt das hier. Finde ich eh spannender. Mehrere gegen ihm. Weil ich hab mal wieder einen Gegner erwischt gerade, ey. Sehr... Frustrierend. Jetzt. Was? Mir wird schwindelig. Das blöde verpixelte da. Was hab ich sein Gesicht überhaupt so gesehen würde? Mein Killer müsste... Sie müssen mich rächen. Ich weiß nicht, ob er da fightet mit dem. Ach, ist das nur drei. Na ja, der Schnee sah schon mal realer aus, ne? Na ja, der Schnee sah schon mal realer aus, ne? Ich weiß nicht, ob die Drohne petzt. Ich weiß nicht, ob die Drohne petzt. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Okay, die Runden beziehen sich wie Kaugummi. Kein Scheiß, aber ist spannend. Dann wollte ich das noch zwei mal, dreimal gewinnen müssen. Dann bin ich aber eine Stunde locker mit einer Runde. Au. Ich war hinten Blitz für... Guter Schuss. Guter Schuss. Rund ends. Und win. Gut. Ist auf jeden Fall sehr ausgeglichen. Mein Gott, draußen ist ja was los hier. Oh, Kim und Co an. 14-0. Einer haut ab schon. Hat keinen Bock mehr. Drei Gegner müssen noch er platt machen. Komm, Leute. Warum? Warum ballert der? Das ist größer, äh kleiner als man denkt, glaube ich. Ich muss im Dunkeln im Wald verschwinden. Pferlich? Ich weiß nicht mal mehr, wo ich hinziehe. Eignen? Ein Ballonsfeuer. 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 Hat das nicht? Komisch. Ne, ich bin rausgeflogen. Schade. Aber trotzdem haben wir mal eine kleine Runde gesehen im Wald. Dankeschön fürs zusehen. Bis zur nächsten Folge. und dem video sieht doch irgendwie ganz andere map auf dem bild da gleich mal